Ah, passt nicht so ganz mit den Mundbewegungen, wollte es jetzt gerade mal probieren, weil gestern, habe ich gehört, da war es nicht so geil mit den Mundbewegungen und der Sprache dazu, naja, was soll ich machen, die Webcam ist nun mal nicht die geilste, aber ich habe eine und es ist die Logik, ich kriege C200, hast du nicht gesehen, glaube ich, also sie leuchtet grün, wenn sie an ist, das reicht. Damit willkommen zum Nikolaustag, heute am 6.12. um 18.38 Uhr, ich lade das Video instant hoch, werde es nicht bearbeiten, weil ich keine Zeit habe, ich muss gleich wieder los, kommt, wir gucken uns an, Dark Orbit schenkt uns, ja man, drei gehöne Beutekies, supergeil, 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 ich hoffe morgen habe ich auf jeden Fall mehr Zeit, das sage ich schon mal so wie es ist, supergeil, so, schope. Gibt es da was Neues? Nö, und im Clan gibt es da was Neues? Außer dass es verbindet, der User hat den Clan verlassen, ja, der hatte schon länger den Clan verlassen, und HopOff hat sich beworben, HopOff kommt einfach mal rein, kriegt erstmal natürlich keinen Rang, vielleicht kommt er mal aufs TS irgendwann mal, Alle inaktiv mit dem, naja, jo jo jo, na gut, ok, aber es sind auch viele dabei, die schon länger dabei sind, hier Software Feature AdWall zum Beispiel, Bad Girl, haha, Bad Girl, haha, Blogger HD ist einer der ältesten Mitglieder der 24-Stunden-Division, geil, ähm, ja, schnell mal gucken, wo die 6 ist, weil das ist ja Nikolaus, ich hoffe ihr habt alle eure Stiefel geputzt, da, da ist die 6, wie ich bin, verschwunden, uh, 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 das ist ja cool, geh mal weg, so, ein Nikolausstiefel, geil, oder, was sagt ihr dazu, ist das nicht geil, schreibt mal in den Kommentaren, ob das geil ist, mal ehrlich, so Freunde, dann wünsche ich euch noch einen schönen Nikolaus-Rest, es tut mir leid heute ohne musik ohne bearbeitung wird sich ändern wieder morgen auf jeden fall gibt es wieder ein besseres video mehr gibt es nicht zu sagen freunde morgen machen wir gerne rein